Hier ist man nicht, was ich denen beibringen soll, außer Dürflichkeiten. Hast du auch die Rolle, oder ist das denn wieder eine andere Rolle? Da kannst du dir auch nehmen, aber da habe ich eine Doppelrolle, da der vertraut dann ein bisschen mehr. Nichts Schlinge wieder abseilen kann, das ist so zur Not, weißt du, falls irgendetwas ist. Meinst du, kann oben kalt werden? Seht nicht, ob ich sogar mal die Jacke einfach so mitnehme. Ich meine, du musst es ja nicht zumachen, oder? Ich kann sie ja so locker mal mitnehmen, wer weiß, was ist, weil du hast ja gesagt, du kommst nach, du hast gesagt, du brauchst ja lange, dann wird mir bestimmt kalt. Was für ein Baum. Ich freue mich, ich freue mich. Ja. Ja. Nein, nein. Wir haben wirklich mit diesem Scheißhobby angefangen. Ja. Ja, nein. So, drehe ich schon um? Musik 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 Du wirst das nicht glauben, ich komme so ran Nee Ja Ist das eine Aussicht hier nur Ja Ja Also in Stücke hochziehen muss ich mich schonen, aber es geht so Soll ich dich gleich mit eintragen oder Ja Aber es geht trotzdem so hoch Okay Musik 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 So Fix und fertig, oben angekommen Oben gelockt auch Da ist der Paddling Ja, kam besser ran als ich dachte Hätte ich gar nicht erwartet gehabt So, jetzt mache ich mich langsam fertig wieder und seile mich ab Und damit der René noch hoch kann Noch ein bisschen die Aussicht Haarlicher Baum Und der Blick nach unten Zum Basislager Und René gerade am trinken Winke, winke Musik 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 Herrlich, das ist die deutlich angenehmere Nummer hier. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Lockarbeit erledigt, alte Motte, harter Aufstieg gewesen Und wieder der Blick mal nach unten, Basislager und der René Ja, und ein bisschen die Aussicht ringsrum Ja, mache ich mich fertig und gehe wieder runter Beziehungsweise gucke ich mal, ob ich ein gutes Plätzchen finde Vielleicht werde ich mich mit dem Gründer nochmal sichern Und dann den René hier oben erwarten So, das Seil ist frei Und du baust dich jetzt in dem ein Hier in dem Ja Ja, Päuschen Ich habe mich jetzt aus dem Seil ausgebaut Sitze jetzt gemütlich hier auf einer schönen fetten Astgabel Habe mich mit meinen Grillern hier gesichert Und warte jetzt auf den René Der jetzt hier ankommen wird bald Und der wird dann oben auch nochmal an die Dose rangehen Wird bestimmt nochmal ein Lockfoto von sich machen wollen So, und so lange habe ich jetzt Pause Blick nach unten Kamera wieder eingeschaltet Weil jetzt lohnt es langsam Weil der René ist jetzt in der Nähe Jetzt kann man ihn dann auch mal sehen Wir kicken mal runter Juhu Und sehen den René kommen Ne, man hört ihn Naja Hallo Gehört hat man ihn schon seit lang Das ist so ähnlich wie bei mir Nee, wobei bei mir ist das noch schon immer Ich schnaufe wirklich wie eine Dampflokke Ja, das ist echt krass Alter Schwede Huuu 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 Achtung Nicht, dass ich dich von der Gabel trete Ne Ich bin doppelt und dreifach gesichert Jetzt kann ich es ja erzählen Das hat jetzt also insgesamt zweieinhalb Stunden gedauert Bis der René hier oben angekommen ist Ich muss der Akku sparen Fake News Fake News Weil ich war ja schon da Aber René hat das Glück, ich hab ihn schon eingetragen Jetzt steigt er über mich gleich rüber Soweit sind wir schon Hä? Hörbeid? Dass du über mich jetzt rüber steigst Soweit kennen wir uns jetzt schon, super Jetzt sieht man übrigens die tolle neue rote Rolle Komisch, eigentlich hat er einen roten Karabiner gekauft, aber den benutzt er jetzt ja nicht Ich weiß ja nicht warum Wer Bodo kennt, braucht keine Freunde Achtung Füße Ja 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 Was für ein Hinterteil Das muss ja auch mal erwähnt werden Bei der Gelegenheit Immer diese Beleidigung Das ist doch nicht zu fassen Ich muss mal schon zusammenreiten Alter Schwede Das ist immer das Stichwort Das heißt, er hat den Cash erreicht Man muss auch bei der Gelegenheit mal erwähnen Wir machen das wirklich, weil wir Spaß daran haben Ich weiß, das klingt bei René gerade so, als hätten wir keinen Spaß Aber eigentlich ist das schon so Wir haben eigentlich Spaß So lustig Ich bin an meinem Arsch Sozusagen Du müsstest mit den Füßen zwischen die Äste hier kommen Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein